Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr mit Google Tabellen euren eigenen BMI Rechner erstellen könnt. Das geht wirklich super einfach und starten wir am besten auch gleich durch. Ich werde jetzt meinen Titel vergeben und klar macht es Sinn, das ganze BMI Rechner zu nennen. Und das mache ich jetzt auch so. Ihr könnt natürlich euren eigenen Titel da oben eintragen. Ein paar Zeilen tiefer werde ich jetzt die Parameter eintragen, die wir brauchen. Und zwar ist das einmal Körpergewicht und die Körpergröße. Und genau das schreibe ich jetzt erstmal hin. Und noch ein paar Zeilen tiefer kommt schon das Ergebnis. Auch das schreibe ich schon hin und werde mal die ganze Spalte ein bisschen breiter machen. Ich gehe einfach zwischen die Spaltenköpfe hier oben. Ihr seht, die Maus ändert sich bei linker gedrückter Maustaste. Ziehe ich das Ganze ein bisschen rüber. So, das Körpergewicht und die Körpergröße müssen wir so eingeben. Und zwar, wir tragen das ja hier ein. Und jetzt werde ich einfach mal rechts daneben einfach mal Kilogramm eintragen. Und darunter halt die Größe. Und die muss nicht in Zentimetern eingegeben werden, sondern in Metern. Ich gebe jetzt mal meine eigenen Daten ein. Aber nicht erschrecken, ich bin ein bisschen schwerer. Aber damit muss ich nun mal leben. Ich hätte ja jetzt auch 90 Kilo eintragen können. Aber ich bin eine ehrliche Haut. Und bei der Körpergröße 1,94. Ich drücke Enter. Und da sind die beiden Daten jetzt sozusagen drin. Das Ergebnis wird so berechnet. Und zwar wird das Ganze so gerechnet. Körpergewicht geteilt durch die Körpergröße zum Quadrat. Und wir müssen das so eingeben. Wir geben erstmal ein Gleichheitszeichen ein, damit die Funktion sofort ausgeführt wird. Und Google-Tabellen weiß, ich muss jetzt was rechnen. Und dann sagte ich ja Körpergewicht. Also klicke ich hier einfach auf diese Zahl hier. Also wo das Körpergewicht drin steht. Bei mir ist das B3. Ich klicke hier rauf und die Koordinaten werden genau eingetragen. Ihr seht auch das Ergebnis, wenn wir jetzt Enter drücken würden. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Das Ganze wird geteilt durch. Und jetzt müssen wir die Klammer aufmachen. Und ich hatte ja gesagt, Körpergröße zum Quadrat. Und jetzt können wir die Körpergröße hier nehmen. Wir klicken einfach auf die Zelle oder könnten auch händisch B4 eintragen. Aber das macht Google-Tabellen für uns. Wenn wir hier einmal raufklicken und das Ganze mal nochmal der Körpergröße. Also klicke ich nochmal hier rauf. Und dann ist das sozusagen Körpergröße zum Quadrat. Klammer zu. Enter gedrückt. Und wir sind schon fertig. Ich erkläre das nochmal ganz kurz. Ein Gleichheitszeichen, damit die Funktion sofort ausgeführt wird. Dann das Körpergewicht geteilt durch. Dann Körpergröße zum Quadrat. Also Körpergröße mal Körpergröße in Klammern. Ich drücke jetzt Enter. Und ihr seht, wir bekommen schon einen ziemlich großen Wert. Also standardmäßig. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube zwischen 18 und 25 liegt das etwa. Also ich bin da schon etwas raus. Aber naja gut, muss ich mit leben. Die ganzen Nachkommastellen, die können wir jetzt noch ein bisschen anpassen. Also hier seht ihr ja die Symbole. Hier könnt ihr welche hinzufügen. Und hier könnt ihr die verringern. Und zwei Nachkommastellen reichen. Also klicke ich so lange rauf, bis wir zwei Nachkommastellen haben. Und dann sind wir schon fertig. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen formatieren. Indem ich hier auf die Zelle klicke. Das meinetwegen auch komplett hier rüber ziehe. Ihr seht, jetzt sind die drei Zellen markiert. Ich kann das Ganze hier zentrieren. Also besser gesagt, die Zellen verbinden. Zentrieren könnte man das. Aber das macht hier eigentlich keinen Sinn. Sieht nicht so schön aus. Und das hätte man jetzt hier machen können. Ihr seht, links, Mitte oder rechts bündig ausrichten. Aber das will ich gar nicht. Hier die Schriftgröße ändern. Meinetwegen auf 24. Das Ganze noch mit Fett. Zack. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch einen farblichen Hintergrund reinsetzen. Ich mache das mal dezent grau. So. Und das Ergebnis, das muss natürlich Fett werden. Das heißt, ich markiere mir die beiden Zellen. Drücke hier auf Fett. Und das ist im Prinzip der Body Mass Index. Eigentlich müsste man das noch mit bedingter Formatierung machen, dass wenn er über 25 ist, dass der bei mir jetzt hier knallrot wird. Aber gut, ich muss damit leben. Der BMI sagt allerdings nicht so viel aus. Also er ist zwar so ein Hinweis irgendwo. Aber selbst Bodybuilder, die zum Beispiel aus sehr, sehr vielen Muskeln bestehen und dadurch auch sehr schwer sind. Die sind zwar vielleicht nicht besonders groß, aber durch ihre Muskeln sehr schwer. Und die haben natürlich auch einen relativ hohen BMI-Wert. Also sagt das nicht so viel aus über den Fettgehalt. Alles klar. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich freuen. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials natürlich wieder sehe. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.